Hallo meine lieben Luftzeichen, herzlich willkommen alle Zwillinge, Wagen und Wassermänner für euer Reading aus dem Tarot für die 1. April Hälfte. Ja meine Lieben, wer heute zum ersten Mal zuschaut, bitte schaltet in ein älteres Video, da erkläre ich sehr sehr ausführlich immer wie diese Legungen zustande kommen. Aber ich möchte die Videos einfach so versuchen ein bisschen kürzer zu halten, ja deswegen werde ich es nicht mehr ganz so ausführlich erklären. Wichtig für euch zu wissen ist, diese Karten liegen deswegen schon hier, weil ich jedes Mal, bevor ich das Video dann aufnehme, noch eine Meditation über der Legung mache. Ihr seht hier die Karten auf verschiedenen Positionen, manchmal seht ihr auch zwei Karten, die wollten dann während des Missions gleichzeitig aus dem Deck springen. Das erkläre ich euch dann aber alles während des Readings und ich versuche euch jetzt die Energie, die für einige von euch in der 1. April Hälfte zur Verfügung steht, denn ich sage gleich, das ist wieder eine sehr spezielle Legung, ja. Ich versuche euch das in einen Zusammenhang zu bringen. Wichtig bei den allgemeinen Legungen ist, fühle einfach für dich hinein, ja. Was ist für dich stimmig, was passt in deine Situation zu deinem Leben und was passt nicht, ja. Nimm das für dich mit, was dir hilft, ja, was mit dir in Resonanz geht. Alles andere lass einfach hier und wenn du spürst, dass du damit jetzt aktuell gar nichts anfangen kannst, dann hilft es manchmal noch, die Legung für deinen Aszendenten oder dein Mondzeichen anzuschauen, falls dieses Zeichen aus einer anderen Elementegruppe ist. Denn, meine lieben Luftzeichen, ich sage es gleich vorneweg, das ist ein sehr spezieller Fall, ja, der mir heute hier praktisch im Kartenbild gezeigt wird. Wir hatten bei den Luftzeichen in den letzten Wochen ganz viel Energie, sich aus Situationen zu befreien, ja, die nicht mehr förderlich waren, die nicht als erfüllend empfunden werden, ja. Und hier scheint es jetzt aber, um diejenigen unter euch zu gehen, die das vielleicht noch nicht geschafft haben, ja. Wir haben hier relativ schwere Energie, relativ, wie soll ich sagen, ich möchte eigentlich negativ, das Wort möchte ich nicht verwenden, ja. Negativ ist die Energie nicht. Aber es scheint für all diejenigen von euch zuzutreffen, denen es aktuell mit der Situation, in der sie sich vielleicht immer noch befinden, nicht besonders gut geht, ja. Denn, ich erkläre euch auch gleich, wie ich darauf komme, ihr seht hier in der Hauptenergie, da wollten zwei Karten gleichzeitig aus dem Deck springen, während des Missens, und ihr seht die fünf Münzen zusammen mit dem Mond, ja. Und das ist einfach für mich, ganz intuitiv gesehen, eine dunkle Energie, ja. Wir haben hier die fünf Münzen, das ist ja die Karte, die hier ganz speziell für dieses Gefühl des Mangels und der Bedürftigkeit steht. Ihr seht, diese zwei Menschen, die hier durch den Schnee stapfen, ja, sie sind verletzt, ja. Der eine Mann geht an Krücken, ja, er trägt ein Kopfverband. Ihr seht schon an der Körperhaltung, ja, den Menschen geht es nicht gut, sie stapfen durch den Schnee. Und hier im Rücken, siehst du, haben diese Menschen ein hell erleuchtetes Kirchenfenster. Das heißt, sie könnten rein theoretisch umdrehen, um ins Warme, um in diese beleuchtete Kirche zu gehen, aber sie tun es aktuell nicht. Und dazu passt sehr gut der Mond, ja. Der Mond kreiert eine Atmosphäre der Angst. Man muss quasi durch ein dunkles Tal, man muss durch einen, ja, Moment der Unsicherheit, um dann letztendlich wieder diesen Tagesanbruch zu erleben. Und deswegen nehme ich einfach wahr, dass dieses Reading jetzt speziell für dich wichtig ist, wenn du momentan das Gefühl hast, in einer Situation festzustecken, ja, wenn dir diese Situation einfach momentan sehr undurchsichtig vorkommt, wenn du nicht recht weißt, wie es weitergeht, dann bleib dran, dann ist dieses Video für dich jetzt vielleicht wirklich entscheidend. Wer meine Arbeit kennt und meinen Kanal, meine Lieben, wenn mir solche Karten hier entgegenspringen, ja, dann spüre ich bereits, dass diese Legung vielleicht jetzt nicht für eine große Masse an Zuschauern tatsächlich relevant ist, weil oftmals so ganz spezielle Fälle einfach hier, ja, aber auch gezeigt werden möchten, weil ich dann einfach mir ganz sicher bin, dass es für ein paar unter euch wichtig ist, diese Botschaft zu erhalten. Und wenn es dann einfach nur für wenige zutrifft, dann ist es jetzt so. Sei also bitte nicht enttäuscht, wenn du dich jetzt hier schon mal gar nicht wieder findest, weil es dir im Moment super gut geht, du dich vielleicht bereits aus dieser Situation befreit hast, die dir nicht gut tut, ja, also wenn du jemand bist, der hier bereits umgekehrt ist, um in dieses Licht zu gehen, ja, oder der hier sich eben nicht mehr in der Energie des Mondes befindet, sondern bei dem der Tag schon angebrochen ist, dann sei dankbar dafür. Und vielleicht bringt dir dann die Legung für deinen Aszendenten oder dein Mondzeichen einen Impuls, den du für dich verwenden kannst. Aber diejenigen unter euch, die sich momentan hier in der Energie befinden, ja, die sollen hier von der geistigen Welt einfach Hilfestellung erhalten. Das möchte ich nochmal ganz deutlich sagen, ja. Denn bei dir kann es darum gehen, ja, ich frage an dieser Stelle ja immer, aus welcher Energie kommst du eventuell von Ende März? Und da wollten auch zwei Karten gleichzeitig fallen, nämlich einmal die sieben Schwerter, ja, das ist die Karte, die für Lügen steht, ja, für Betrug, dafür, dass irgendetwas vielleicht hinter deinem Rücken passiert ist, ja, und du hast es herausgefunden und das hat dazu geführt, dass du tatsächlich verletzt bist. Die beiden Karten, ja, passen unglaublich gut zu dieser Energie. Denn ein Mensch, der hintergangen worden ist, der vielleicht entdeckt hat, dass er belogen wurde, sogar vielleicht betrogen wurde, der fühlt sich in dem Moment hier in dieser Energie des Mangels und der Bedürftigkeit, ja, der hat Angst vor dem, was kommt, ja, vielleicht auch Angst aufgrund dessen, was hier vielleicht ans Licht gekommen ist, eine Entscheidung zu treffen. Und die neuen Stäbe, ja, das ist ja immer meine Still-Standing-Karte, ist ja im Prinzip eine Karte, die zeigt, trotz deiner Verletzungen, trotz dem du hier vielleicht eine Erfahrung gemacht hast, ja, die dein Selbstwertgefühl absolut erschüttert hat, stehst du noch aufrecht und hast den Mut, weiterzugehen. Auch wenn es schwer ist, ja, also diese Legung spricht jetzt wirklich vor allem diejenigen unter euch an, die im März eine schmerzliche Erfahrung machen mussten. Die Kartenkombination kann auch bedeuten, dass du dir in den letzten Tagen bewusst darüber geworden bist, dass du dich in einer Situation selbst belügst, ja, wäre auch denkbar, dass du dir etwas vormachst, dass du vielleicht in dieser Situation, in der du immer wieder Mangel erfährst, in der du immer wieder verletzt wirst, ja, dass du in dieser Situation einfach an einen Punkt gekommen bist, wo du weißt, jetzt musst du was verändern. Also all diese Szenarien wären denkbar. Denn, wenn ich frage, wie entwickelt sich die Energie weiter, ja, also wie empfindest du vielleicht, welche Energie steht zur Verfügung in den ersten April-Tagen? Und da fällt ja mit den vier Kälchen eine Karte, die sehr deutlich zeigt, dass hier jemand abgewiesen wird. Also entweder, und so nehme ich es eigentlich wahr, aufgrund der anderen gefallenen Karten, du hast versucht, jemandem deinen Kelch zu reichen. Du wolltest jemandem liebevoll begegnen und derjenige hat einfach kein Interesse gezeigt. Das gilt auch für Langzeitbeziehungen, ja, die nicht mehr erfüllt und glücklich sind. Vielleicht befindest du dich in einer Verbindung immer noch, ja, in der du einfach merkst, dass deine Liebe nicht mehr in der Art und Weise erwidert wird, wie du es dir wünschen würdest, ja. Und deswegen fühlst du dich hier in diesem Tal, ja. Ich nehme hier so diese Energie von dem dunklen Tal wahr. Und dazu passt auch die nächste Karte nochmal, ja. Das belastet dich. Ich frage dir hier, wie entwickelt sich die Energie weiter in Richtung Mitte des Monats April, ja. Und da fällt mir den zehn Stäben ja ebenfalls eine Karte, die zeigt, wie schwer es für dich momentan ist. Allerdings, wer die Legungen kennt, ihr wisst, ich frage ja auch an dieser Position hier oben nachher nochmal nach der Energie Mitte des Monats. Und da greife ich jetzt schon mal ein bisschen auf die hohe Priesterin vor, quasi, ja. Diese Karte bringt immer auch zum Ausdruck, dass du an der Last vorbeischauen kannst, denn hier vorne, ja, siehst du nämlich das Licht am Horizont. Dieser Mann schleppt diese Bürde, diese Last, diese Stäbe und tut sich unglaublich schwer damit, weil er aber auch direkt mit seinem Kopf nach unten auf die Last schaut. Das zeigt mir, ja, dass du hier noch sehr viel dabei bist, dich auf das zu fokussieren, was dich gerade belastet, was schwer für dich ist. Du siehst keinen Ausweg. Wenn der Mann seinen Blick aber an den Stäben vorbei in Richtung Horizont richten würde, würde er sehen, dass er es bald geschafft hat. Ja, wir kommen da gleich noch dazu. Ich greife dann auch auf diese Karte nochmal zurück. Also ich weiß, das hört sich jetzt wirklich nach schwerer Energie an, ja. Aber ich weiß es auch von vielen Nachrichten, die ich von Luftzeichen erhalte. Es gibt tatsächlich diese Situation. Es gibt eigentlich zweierlei Situationen, so nehme ich es wahr, auch über die Nachrichten, die ich von euch erhalte, ja. Viele Luftzeichen sind bereits in ihrer Kraft, haben bereits den Absprung gefunden, ja, weil sie sich ihres Wertes bereits vollkommen bewusst geworden sind und verinnerlicht haben, dass sie in dieser Situation hier, die von diesen fünf, eigentlich sechs Karten, unglaublich treffend beschrieben wird, dass sie in dieser Situation nicht bleiben können, weil ihre Seele leidet. Aber es gibt eben auch einen Großteil von euch, die es noch nicht geschafft haben, sich zu befreien, die immer noch an dieser Last schleppen. Und hier liegt ja auch schon die Gesamtenergie an der Unterseite des Decks mit, ja. Hier sehen wir die fünf Stäbe, möchte ich auch gleich mit integrieren, ja, in das Reading, denn die fünf Stäbe zeigen sehr schön diesen Konflikt auch, der sich hier in euch abspielt. Das kann natürlich zum einen auch Konflikt mit einem anderen Menschen bedeuten, ja, dass es vielleicht in einer Beziehung sehr viel Streit gibt, ja. Hier diese Karte, vier Kälte, passt ja da auch dazu, ja, dass einfach keine Wellenlänge mehr gefunden wird, ja, kein gleicher Nenner. Aber die fünf Stäbe symbolisieren eben auch immer inneren Konflikt. Auf der einen Seite weißt du, dass du in dieser Lebenssituation kein Glück, keine Erfüllung, keine Lebensfreude erfährst. Und auf der anderen Seite ist es doch so schwer, loszulassen, ja. Weil du eben noch sehr auf diese Ereignisse in deinem Leben fixiert bist, weil du noch sehr viel in der Energie dieses Zustandes schwingst, ja. Viele von euch haben noch nicht die Perspektive entwickelt, an den Stäben vorbeizuschauen und zu schauen, was kommt denn danach, was kommt denn, wenn ich mich auf einen ganz neuen Weg begebe. Aber, ich komme jetzt gleich zu den positiveren Karten, ja. Es gibt durchaus Licht am Horizont, denn schaut mal. Ich frage an der Position, was kommt vielleicht von außen auf dich zu? Und da fallen zwei tolle Karten, nämlich die sechs Kelche und der Wagen. Ja, große Arcana-Karte, der Wagen steht für Vorwärtsbewegung, der steht natürlich auch explizit für Reisen, für diese Tatsache, wenn er auf der Position liegt, was kommt von außen, dass jemand auf dich zukommen könnte. Schau mal, und es könnte tatsächlich jemand aus deiner Vergangenheit sein. Die sechs Kelche ist immer eine Karte, die für Personen und Ereignisse steht, die sich in deiner Vergangenheit abgespielt haben oder Personen, die in deiner Vergangenheit eine wichtige Rolle gespielt haben. Ich sage euch ganz ehrlich, was ich als erstes wahrgenommen habe zu den Karten ist, dass ein Ex-Partner in irgendeiner Art und Weise auf dich zukommt. Ihr wisst, ich bin immer sehr ehrlich, ja. Ich sage immer das, was mir spontan, intuitiv zu den Karten kommt, wenn ich die aufdecke und auch was ich dann in der Meditation erhalte. Und auch wenn es jetzt vielleicht nur für ein oder zwei von euch, ja. Und diese Videos, ihr seht ja, wie viele Klicks die haben, das sind mehrere tausend. Auch wenn es nur für ein oder zwei von euch stimmig ist, diese Botschaft möchte jetzt erwähnt werden, ja. Für einige von euch kann es sein, dass ein Ex-Partner plötzlich relativ unerwartet, aber doch sehr, sehr zielstrebig auf euch zukommt. Also in all diese schwere Energie, die du vielleicht in deiner aktuellen Lebenssituation verspürst, vielleicht auch in einer Verbindung, in der du dich noch befindest, platzt quasi jemand aus der Vergangenheit, der dir Hoffnung macht. Denn wenn wir hier weiterschauen, ich frage ja dann nach deinen Hoffnungen oder Ängsten, und da fällt mit dem Pagen der Stäbe eine tolle Karte, die ich natürlich zu den Hoffnungen zähle. Das ist nämlich ein ganz, ja, gewitztes Kerlchen, der immer gute Nachrichten bringt und positive Entwicklungen. Und ich habe das Gefühl, dass du vielleicht durch diese Begegnung, die hier stattfinden könnte, wenn es keine Begegnung ist, könnte auch einfach eine Nachricht sein, ja, von jemandem aus deiner Vergangenheit, frischen Wind in dein Leben bringst. Ich habe das Gefühl, dieses Ereignis, was immer hier passiert, ja, gibt dir neue Hoffnung. Könnte dazu führen, ja, dass du hier mal wagst an dieser Last, die du aktuell in deinem Leben, ja, spürst, vorbeischaust auf diesen neuen Horizont. Denn die Karten, ja, ihr wisst ja, ich lege ja auch immer großen Wert auf die farbliche Abstimmung der Karten, denn immer wenn im Tarot zwei Karten beinahe aus den gleichen Farben bestehen, haben diese Karten, gehen die gut miteinander in Resonanz, haben die eine Bedeutung. Und der Page der Stäbe zeigt mir hier, dass du eventuell eine neue Perspektive entwickelst, ja, dass hier etwas passieren könnte, was dich auf ganz neue Ideen bringt, was Licht in deine Situation bringt, was dir hier vielleicht auch in deinem inneren Konflikt etwas Klarheit schenkt. Ja, und jetzt möchte ich nochmal auf die Karte zu sprechen kommen. Ich frage hier also ja nochmal, wie entwickelt sich die Energie für dich hin dann zu Mitte April und da fällt natürlich mit der hohen Priesterin eine der spirituellsten Karten des gesamten Tarots, die absolut dafür steht, du sollst auf deine Intuition hören. Die hohe Priesterin an der Stelle, ja, möchte, dass du auf deine innere Stimme hörst, dass du deinem Herzen folgst, ja, und wenn ich die jetzt nochmal hier mit diesen zehn Stäben in Verbindung bringe, sagt dir die hohe Priesterin ganz klar, diese Last, die du hier noch empfindest, ja, ist temporär. Die wird nicht dauerhaft bestehen und für dich ist es jetzt an der Zeit, deiner Intuition zu folgen und auf deinen Seelenweg zu gelangen. Und vielleicht passiert dir ja tatsächlich etwas im Außen, was dir diese neue Hoffnung gibt, vielleicht wird dir dann auch bewusst tief in deinem Inneren und deswegen ist es hier wichtig, dass du tatsächlich auf deine innere Stimme hörst, dass all das, was hier passiert ist, vielleicht sogar mit Betrug, mit Lügen, mit dem, dass hier etwas ans Licht gekommen ist, mit dem, dass dein Kelch abgelehnt wird, ja, dass all das einen Sinn auf deiner Lebensreise macht, ja, dass diese Last dazu dient, letztendlich dich in deine Kraft zu führen, dich näher anzubinden an deine Intuition, dich auf deinen Seelenweg zu bringen, weil du dann eben in die Lage kommst, diese Last abzuleben. Und interessanterweise bringt auch die geistige Welt hier eine sehr spirituelle Karte als Ratschlag, ja, auch eine Karte aus der großen Arcana des Tarots, nämlich den Eremit. Und der Eremit passt wundervoll zur Hohepriesterin, weil er steht ja für diese Einkehr in dich selbst, ja, die geistige Welt rät dir mit dieser Karte, genau wie die Hohepriesterin, geh in den Rückzug, ja, wenn du dich hier, wie uns diese fünf Stäbe zeigen, in einem inneren Konflikt befindest, was soll ich tun, wie geht es für mich weiter, ja, dann rät dir die geistige Welt, dich zurückzuziehen, ja, schotte dich ab von der Außenwelt, hör nicht auf andere Leute, das kommt mir hier ganz stark zu der Karte, lass dich nicht nicht von außen beeinflussen, sondern folge einzig und allein deiner Intuition. Das ist ein ganz wichtiger Hinweis aus der geistigen Welt für dich, für diese erste Aprilhälfte, ja, ich habe hier so auch mit diesen fünf Stäben als Gesamtenergie, ja, mir kommt hier immer wieder dieses, du bist hin und her gerissen, du lässt dich auch von anderen Leuten beeinflussen, du fragst viele Leute um Rat, ja, mach das nicht, mach das nicht. Alle Antworten auf die Fragen, die du hast, liegen bereits in dir. Bloß, unser alltägliches Leben, ja, übertönt diese Antworten oft und dafür ist es wichtig, in den Rückzug zu gehen. Du musst dafür kein Künstler in Meditation sein, ja, ich weiß es selbst, Meditieren ist tatsächlich eine Kunst und es ist leichter gesagt als getan zu sagen, ich meditiere heute, denn wenn du dich erstmal hinsetzt und bist einfach mal stehen und versuchst dich auf deinen Atem zu konzentrieren, dann läuft der Kopf erstmal auf Hochtouren und es ist sehr schwierig diese Gedanken auszuschalten, ja, also Meditation wäre jetzt schon ein sehr hohes Ziel, aber ich mag das Wort Kontemplation sehr gerne. Kontemplation bedeutet für mich, das ist jetzt aber rein subjektiv, was ich damit meine, dieser Rückzug in dich selbst, dieses hineinspüren in dein Herz und ich habe das ja an vielen Stellen in meinen verschiedenen Videos immer wieder erwähnt, wie wertvoll diese Herzraumübung ist, gerade in Situationen, wo du dich vielleicht in einem Konflikt befindest, wo du nicht weißt, wie geht es weiter, vielleicht auch, wo du dich fragst, welche Entscheidung ist die richtige, welchen Weg soll ich gehen, spüre immer wieder in deinen Herzraum, das ist der Bereich um dein Herz, in deiner Brust, wenn du die Augen schließt und dich auf dein Herz konzentrierst und hast dann eine bestimmte Szene, ein bestimmtes Bild im Kopf, dann wirst du mit bisschen Übung genau spüren, ob dein Herz bei der Vorstellung, die du dann in deinem Kopf kreierst, sich weit und hell anfühlt, ob du tief atmen kannst, ja, also ob dein Herz weit wird, ob das Herz aufgeht oder im anderen Fall, ob sich dein Herz zusammenzieht und du eher dieses Gefühl hast, du kannst nicht tief atmen, es fühlt sich eher dunkel an und dann folge dem Bild oder der Vorstellung oder dem Weg, bei dem sich dein Herz weit und hell angefühlt hat, bei dem du tief atmen konntest, ja, und genau diese Arbeit in Anführungszeichen empfiehlt dir die geistige Welt mit dem Eremiten, fokussiere dich immer wieder auf dein Herz, hör auf deine Intuition, frage keine anderen Menschen, sondern verlasse dich auf deine innere Stimme, ja, und wie gesagt, wenn hier etwas im Außen passiert, ja, was dir Hoffnung für einen neuen Weg gibt und wenn es aber auch nur ein schöner Impuls ist, dass du dich freust, von jemandem aus deiner Vergangenheit zu hören, auch wenn es kein Exfreund oder keine Exfreundin ist, es kann auch ein Schulkamerad sein, oder du triffst jemanden wieder, den du schon lange nicht gesehen hast, da erwacht mal wieder Freude in dir, ich nehme zu diesen drei Karten ein freudiges Ereignis wahr, und da sagt die hohe Priesterin, auf diese Energie leg deinen Fokus, denn genau diese Energie der Lebensfreude, der Positivität, der Zuversicht, hilft dir diese Situation, die dich schon lange an deiner Lebensfreude hindert, zu verlassen, diese Last hier, diese Bürde, der Stäbe abzulegen, und nach vorne zu schauen, denn du hast Lebensfreude verdient, du hast nur das Beste in deinem Leben verdient, Menschen, die dich wertschätzen, die sich wünschen, von dir einen Kelch gereicht zu bekommen, ja, und niemanden, der dich vielleicht hintergeht, ja, oder niemanden, wo du auch selbst spürst, da mache ich mir länger was vor, wenn ich noch bei diesen Menschen bleibe. Ja, meine Lieben, wie gesagt, das war jetzt ein Reading mit einem sehr speziellen Thema, ich freue mich, wenn ihr kommentiert unter dem Video, ja, ob es vielleicht für den einen oder anderen tatsächlich gepasst hat, ob es hilfreiche Impulse enthalten hat, ich würde mich natürlich sehr, sehr darüber freuen, wenn es doch jetzt manchen von euch bisschen helfen konnte, schreibt mir das bitte sehr gern. Ich freue mich natürlich auch über euren Besuch auf meiner Facebook Seite und natürlich freue ich mit ganzem Herzblut für euch. Meine Lieben, habt einen wunderschönen Frühlingsbeginn, habt ein wunderschönes Osterfest und ich freue mich ganz einfach, wenn ihr wieder bei mir einschaltet. Ich drücke euch ganz fest und sende ganz liebe Grüße. Eure Uli. Tschüss.